Hees, what's up, what's up, good morning. Butzbach, Junge, ich hab so nen miesen Ohrwurm davon, holy shit. Wie man es vielleicht schon am Titel erkannt hat, geht es heute wieder Richtung Kanalisation, ganz tief nach unten. Ja, genau, 5M, Abfahrt, German, Beta, Salty Chat, keine Allowlist, Anti-Cheat, alright, das klingt gut. Aber warum steht da keine Allowlist und trotzdem ist das Schloss zu? Das macht ja irgendwie keinen Sinn, oder? Hä, was für Rumtrollen, was laberst du? Ich spiel doch legit RP. Hier ist ja nix los. Hier ist ja keiner. Hä? Na doch, hier. Hallo, Kollegin, was geht? Ey, ich schwöre dir, Junge, 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 Alter. Was geht? Ey! Ey, das ist mein Fahrrad. Ach komm, ich zieh durch, Alter, das ist mir zu blöd hier. Sehr vorbildlich, Officer. Ich wollte nur prüfen, ob das abgeschlossen ist. Welche Befugnis haben Sie dafür? Ne, ich wollte nur prüfen, ob das auch wirklich so stimmt. Aber Sie machen Ihren Job, Sie machen Ihren Job gut. Darf ich mitfahren? Na, warum? Weil ich kein Auto habe und ich möchte ein bisschen schneller unterwegs sein. Wenn Sie ein Auto kaufen wollen. Darf ich bitte mitfahren? Und dann? Nur ein bisschen rumfahren, vielleicht zeigen Sie mir die Stadt oder so. Da habe ich keine Zeit zu. Ich sage, ich habe da keine Zeit zu und ich bin schwer beschäftigt. Darf ich bitte mitfahren? Ja, der nimmt mich nicht mit, ne? Ich hätte machen können, was ich will. Alles okay? Hallo! Hallo? Nein, ja. Alles okay bei dir? Äh, nein. Ich habe einen Behindertenausweis. Dachte ich mir schon, dass du einen Behindertenausweis hast. Immer kommt der Haste oder Kokainer. Das war es doch echt nicht so, oder? Äh, nein. Och, Junge. Adams. Adams. Es ist halt immer wieder gut. Moin. Kannst du dich mitnehmen? Hoi. Ey, 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 ey. Stopp! Aber warum? Aber warum? Aber wieso? Na gut, das ist halt unlucky, ne? Haben die einen Support? Wollen wir mal den Support fragen, ob ich revived werden darf? Hilfe! Hilfe! So, hilft mir doch einer. Hilfe! Hilfe! Bitte! Hilfe! Bitte, bitte, Hilfe! Ach, er hat mich revived. Wer auch immer das war. Vielen Dank. Ja, ich habe mich aus Versehen selber reportet. Ist die Frau gebannt? Ja. Dankeschön, Ehrenmann. Naja, immerhin haben wir jetzt ein Auto. Jungs! Wir haben unser Auto von innen zugesperrt. Wir haben unser Auto. Nochmal bitte was? Was habt ihr gemacht? Wir haben unser Auto von innen zugesperrt. Halt auf. Ungefähr so. Und das ist das Fassierste. Hey, ihr könnt nicht mein geklautes Auto klauen. Das geht nicht. Aber du kannst ja fahren. Ich fahre einfach mit. Aufsteigen, aufsteigen. Mir alles. Ich bin... Ich bin... Oh, er ist tot. Hä? Was ist passiert? Ich wollte eigentlich... Komm rein. Komm, du mit. Ich zeige dir, mir was. Okay? Ja, okay. Wohin? Gibst du mir dein Geld? Ich habe ja nicht mal Geld. Ich habe mir nichts geholt. Okay, komm. Wir fahren und zurück. Ich hoffe, nicht überzufahren. Entschuldigung. Ich denke aufsichtbar. Okay, tschüss. Die wollten mich doch safe umbringen, oder? Gib mir jetzt dein Geld. Am Arsch. Mein Startkapital. Kriegt ihr nicht. Hallo? Sollen wir uns nicht verarschen? Ja, was ist denn los? Warum verarschen? Ja, mein Freund ist tot. Ja, da kann ich... Ich sehe hier niemanden. Ich kann verarschen. Nein, Bruder. Ich sehe wirklich keinen. Steig mal aus. Was, wenn ich Nein sage? So, Kollege. Ich steige dir mal aus. Ich steige dir mal aus. Steige doch rein. Ups. Sorry. Ich steige dir mal aus. Ich steige dir mal aus. Mach ich nicht. Ich will einfach nicht. Ich will einfach nicht. Und dann ist halt einfach Nein. Irgendwann später. Sie wollen alle nicht interagieren irgendwie. Gib mir ja Mühe. Ich will ja mit den Reden. Wer ist ja immer noch hier? Hä? Keine Kappi holen, Bruder. Bitte, bitte, bitte. Oh. Oh, das tut mir jetzt leid. Ist alles okay? Kann man ihnen irgendwie helfen? Was ist denn los, Bruder? Jetzt hat die Kappi gekämpft. Steig doch ein. Wo liegt denn das Problem? Komm, steig ein. Wir fahren eine Runde. Why are you running? Why are you running? Steig doch ein. So eine Marmelade. Steig ein jetzt. Ja, die schaut. Mach doch. Wir fahren eine Runde. Komm. Alter, redet das denn Kumpel in Discord? Hä? Wer redet denn da? Hä? Ich höre da jemand reden. Wer ist das? Ich höre keinen. Ich gucke mal. Ich gehe mal zum MD, ja. Ganz komisch der Typ. Ganz, ganz komisch. Lass mich raten. Es ist kein Medic hier, oder? Hallo? Hallo? Medic? Keiner da. Joa, moin. Es ist kein Medic da. Ich war gucken. Sie haben nicht zufällig, weil sie irgendwann ein Fahrrad gesehen. So, ich könnte ihr Fahrräder zeigen tatsächlich. Diesen Fahrrad übrigens. Ja gut, hier ist ein Fahrrad. Das ist jetzt aber meins. Tschüss. Hey. Gibt es hier auch noch irgendwas Spannendes zu tun? So, sind hier irgendwo noch Menschenansammlungen? Ich dachte, am Würfelpark ist Party. Ist ja gar nichts. Officer. Officer. Tschüss. Bro, was? Ich wollte Ihnen was sagen. Ich wollte mich... Bro. Der schießt ja sofort scharf. Warum schießt der sofort scharf? Junge, Junge, Junge. Ich dachte, es wird hier zuerst getasert. Dann nicht. Dann der nächste Server. Five City. Keine Allowlist. Echte Automarken. TS. Five City. 40 Leute. Da will ich drauf. Let's go. Bitte Custom Rap. Bitte ein Custom Rap. Bitte. Bitte. Irgendwas mit Five City. Dein Server. Hier wirst du groß und so ein Scheiß. Save. Bruder, das ist Five City. Five City, ja. Der beste Server wäre ein Life City. Ich wusste es. Five City, Five City, ja. Wir sind so krass, die Bitsch und Dike-Kitties. Five City. Ich wusste es, gell. Ich hab's einfach so gecallt. Ich hab's so gecallt. Ich glaub, so ein Track hätte auch safe ich machen können, ne? Deine folgt Videos waren so lustig. Hä, Fail-RP? Was für Fail-RP? Ich mach doch hier ernsthaftes, äh, ernsthaftes RP. Das gibt mir ja wirklich Mühe. Ich weiß nicht, was du meinst. Was? Was? Das hab nicht nur ich gesehen. Das hab nicht nur ich ge- Hä? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Was? Hab das nur ich gesehen? Hä? Hä? Ja, ja, das seh ich auch. Ähm, fahren Sie besser weg, sind Sie gleich tot. Also, deswegen mein ich jetzt. Wer ist das denn? Fahren Sie besser weg. Shit, also. Ey, 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 ey. Bro, darf ich das Auto vielleicht nehmen? Ich bin grad eingereist. Ich hab nichts. Ach komm, Digga. Okay, Rassi. Ey, der ist neu. Ich komm nie wieder, danke, ciao. Easy. M2 geklärt. Warte, ist das ein M2 oder M2? Ist ein M2? Sick shit, Junge. Ey, ey, gut doch nicht. Halt, das Ding ist halt so, ein paar der Erneuankümmelige jetzt auf dem Server, die sind halt nachgejoint, ne? Aber hier ist halt auch schon wieder niemand auf dem, äh, am Würfelpark, ne? Ey, willst du reden? Hallo? Ob du reden möchtest? Okay. Horny Girls. Ach, Digga, hier will ich gar nicht sein. Ich bekomm hier irgendwie so miese Flashbacks. Officer, ich bin immer noch eine Geisel. Helfen Sie mir bitte. Officer, Hilfe. Weiß nicht wieso. Aber hier ist halt auch nichts los. Was, was soll ich machen? Was soll ich tun? Ich hör Polizei-Sirenen. Gute Morgen. Moin. Chef. Ach ja. Ach so. Ach so. Okay, mein Auto ist einfach despawned. Mhm, verstehe. Entschuldigung. Hallo? 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 Entschuldigen Sie bitte. Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Was ist denn hier los? Ja. Ist da drin alles okay? Ist da drin alles in Ordnung bei Ihnen? Doch scheiße. Was soll ich denn jetzt machen? Was mache ich denn jetzt? Doch kacke. Die beiden Herren hier suchen. Wenn Sie hier das Gelände betreten, müsste ich Sie einmal durchsuchen. Ich habe da eine andere Frage. Was macht der Kollege da? Wie kann der Liegestütze machen, ohne seine Arme zu nutzen? Wie macht er das? Ja, ich müsste Sie kurz durchsuchen. Warten Sie, halten Sie kurz still. Nee, ich möchte das aber nicht. Ja, wenn Sie sich hier befinden, dann muss ich Sie durchsuchen. Nee, ich will das jetzt aber nicht. Ja, ich laufe jetzt weg. Gibt es ein Problem? Es ist ein Problem. Das hier ist der öffentliche Bürgersteig, sobald ich das sehe. Ja, hier fand ich genau. Richtig. Und ich stehe nicht auf dem Privatgelände. Oh, jetzt stehe ich drauf. Oh, jetzt nicht mehr. Oh, Privatgelände. Oh, nicht mehr. Hallo, wen verfolgen Sie da? Oh, Officer. Officer, was ist passiert? Oh, ist das der Partybus? Ich will mitfahren. Oh, Entschuldigung. Das ist so schlecht. Hey. Hey, wir brennen, wir brennen, wir brennen. Stopp, 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 stopp. Guten Tag. Alles gut, oder? Was geht? Jetzt, ja. Ich suche einen anderen, weil chillen jetzt alle bei der und gucken Fußball über GTA. Wie lost kann man eigentlich sein, Digga? Also, ich meine, es ist ein nettes Gimmick, so, aber wie lost kann man sein? Ich spiele GTA, um Fußball zu gucken. Uff. I don't know. Gehen wir mal auf Red V. Gucken wir uns das mal an. Ich glaube, da war ich halt schon drauf, ne, aber... Hallo, Jungs, was geht? Ey, nimmst du mich mit? Ich wollte immer schon mal G-Klasse fahren. Ah, geil. Moin. Oh, Entschuldigung. Hä? Was für verpiss dich? Warum so frech, Junge? Sei nicht so frech, du Drecksack. Ey, ich bin so safe gebannt gleich, ne? Ich glaube, ich quitte lieber, bevor ich gebannt werde. Ich wäre eh safe gebannt worden. Bro, salty chat fickt immer mein Leben. Schlimmer als die Jumpscares, äh, auf kein Konzept. Wir brauchen halt jetzt legit einen neuen. Hmm. Highlife, einzigartiges Roleplay ohne Allowlist. War ich da nicht schon drauf? Ah. Warum bin ich denn hier als Officer verkleidet? Hä? Warum habe ich denn hier ein Cop-Auto direkt? Ich habe eine Frage. Sind doch, äh, einer der Hohrangen... Yes. Ich bin auch, äh, mit Papier, die... Die Zimmer von 40. Könnten Sie mir dann, äh... Hier ist das Ding nochmal. Bravado. Ja, ich guck mal grad nach. Moment. Was machen wir jetzt mit dem? Der denkt, ich bin irgendein hochrangiger Cop-Digger. Ich habe vor zwei Monaten hier das letzte Mal gespielt. Was mache ich mit dem? Na, steigen Sie einmal ein, bitte. Ich fahr mal zu meiner, ähm... Sagen wir mal... Speziellen Geheimgarage, ja? Dann kann ich Ihnen Fahrzeuge auspacken. Ist kein Problem. Ich seh schon, sie haben auf dem Navi markiert. Das ist aber die öffentliche Garage. Wussten Sie nicht, dass es hier auch, äh, unöffentliche Garagen gibt? So, da vorne müssten Sie eigentlich Zugriff haben. Testen Sie mal. Die erste. Das erste Tor, nicht das zweite. Den sehen wir nicht nochmal. Der ist jetzt stuck. Das Ding ist halt, die nächste Garage... Er muss hierher laufen, um zur nächsten Garage zu kommen. Wenn er überhaupt ein Auto eingepackt hat. Wieder einem Bewohner geholfen. Ich bin halt echt ein guter Cop einfach. Ich bin halt einfach ein guter Cop. Ah! Äh? Ah, hallo? Ah, wie soll? Einmal bitte nach links. Ja, einmal anhalten. Aussteigen. Aussteigen. Also, warum haben Sie nicht hier rechts vor links? Äh, wir sind gerade auf der Suche nach, äh, ein paar etwas nervigeren Zivilisten. Ja, und trotzdem gibt Ihnen das das Recht rechts vor links zu ignorieren, oder wie? Nein, ich muss ganz kurz... Ganz ehrlich, äh... Äh, hallo? Wir sind gerade auf der Suche nach, äh... Nicht in meiner Stadt! Ähm, hast du doch hier gerade einen Freund? Hallo, der hat doch gerade den anderen umgerotzt. Hast du das nicht gesehen? Der hat hier gerade einen Zivil umgerotzt. Hast du das nicht gesehen, oder was? Jetzt sei nicht so frech. Jetzt sind wir noch am Fetzen. Könnt ihr das jetzt mal lassen? Oh, was gibt's zu passen? Was soll denn das? Kollege? Kollege, brauchen Sie Hilfe. Ja, komm, renn hier. Die sind frech da vorne. Ja, du kannst auf den schießen. Du kannst auf den schießen. Ich fand die da genau aus. Hä? Nicht auf den, nicht auf den, nicht auf den, nicht auf den. Ach so, oh. Nicht auf den. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung? Sorry? Er hat gesagt, ich darf schießen. Daylife-Roleplay. Das klingt auch gut. Das ist Daylife. Spielen hier seit Tag 1. Hier habe ich tatsächlich mal gespielt, ne? Ich erinnere mich halt noch nicht mehr. Hey, du, rede mal kurz. Rede mal kurz. Rede mal. Nee, ich habe gesagt, wir müssen uns reden. Warum denn? Machen wir deine Hände hoch. Das ist alt, Digga. Machen wir deine Hände hoch. Oh mein Gott, der macht das so richtig. Digga, mach deine Hände hoch. Es ist halt so schlecht, ne? Es ist so schlecht. Es ist halt so schlecht. Es ist halt, es ist halt literally so bad, ne? Ach, Herr Winkler, guten Tag. Ach, doch, ich erinnere mich. Ich weiß, wo wir hier sind. Moin. Moin. Was habe ich hier gerade gehört? So, tschüss. Hallo? Ist alles okay bei Ihnen? Ja. Sind Sie sich sicher, dass alles in Ordnung ist mit Ihnen? Ja, ja. Ja, das Auto wurde jetzt konfisziert. Wir sind im Einsatz, deswegen. Oha! Ab geht's! Polizeieinsatz! Wuh, Wuh! Zeieinsatz! Wuh, 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 Wuh! Hallo! Ich mach Musik ab. Alles gut bei dir, Junge? Okay, alles gut. Stand durch die Musik? Warum fahren wir dich falsch? Ne, ist alles super. Alles, alles perfekt. Tippy top. Echt jetzt? Ja, ja. Können wir bitte zurück zum Pity? Ich will zurück zu Claire. Ja, ich muss gerade, ich muss gerade zum Einsatz fahren. Danach fahren wir gerne wieder zum Pity. Okay, wir fahren die Einsatz? Unten an den Docks. Oh, 2013. Was? 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 Wo ist denn hier was? Ich knall die Wechsel um. Ah! Haben Sie was gegen Transformers? Ah! Ne. Oh, 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 oh. Sie lebt noch. Sie lebt noch. Oh, oh. Schnell weg, Junge. Schnell weg. Sie lebt noch. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich bei so einer Aktion nicht gestorben bin. Ich bin sonst immer gestorben bei sowas. Oh, fuck. Oh, 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 oh. Nicht gut. Ist das mein Taxi? Taxi, 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 Abfahrt. Fahr, 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 fahr. Ja. Ey, so gut gemacht. Perfektes Timing, Bro. Perfektes Timing. Ich glaube nicht, dass die noch hier ist. Oh, warte, 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 warte. Ich bin mal links. Oh. Hallo? Hallo? Ja, die Dame. Achso, ja, ja, aber... Ey, was soll die Scheiße? Vielleicht knallst du, Junge. Benimm dich und fahr ordentlich, Drecksack. Fahr ordentlich jetzt. Letzte Chance. Übertreib es nicht. Ich warne dich. Junge, ich habe nicht mal eine Waffe. Sie reden eigentlich an. Danke. Adios, Wixar. Genau, hier wollte ich hin. Oh, da sind die. Hey. Hey, 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 hey. Hey. Meine Beine tun wir. Gehen bei dem? Nein. Jetzt kann ich, was ihr habt. Ist doch legit RP. Ist doch gut. Macht doch Spaß. Ich weiß nicht, was du hast. Ich habe Spaß. Abo. Ah, die sind tot. Die sind in die Luft geflogen, Bro. Ja. War aber toll. Ein schöner Ausflug. Avanta V. Besser als alle anderen. Keine Allowlist. Oh, yes. Boy. Oh nein. Oh nein. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Was ich da esse. Hm. Donut. Aber so mit Kinderriegel. Äh, Kinderbueno und so. So, da wären wir. Hallo. Moin. Wie? So schnell? Ja, da ist sie ja. Ich bin gestorben, aber ich habe zwei von denen mitgenommen. In den Tod. Also, die haben sich basically selber in den Tod gerissen. Aber, ja. Was? Bro. Hä? 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 Ey, ich bin 30 Sekunden. 30 Sekunden auf dem Server. 30 Sekunden. Bro. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Hä? Das ist nicht irgendwie dumm. Ich glaube, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Abantavi hält den Rekord, wo ich am schnellsten gestorben bin. Nach der Einreise. Der schnellste Tod. Nach der Einreise. Ich habe es nicht mal in die zweite Straße geschafft. Ich habe es nicht mal zwei Straßen weg vom Spawn geschafft. Das kann doch nicht sein. Ernst? Das ist doch... Also, mir fehlen die Worte. Mir fehlen die Worte, Bro. 2000 Jahre später. Viele Danke. Ui. Ui, ui, ui. Was war denn das? Ja, okay, okay. Alles gut. Alles gut. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Hä? Ich verstehe nicht. Bro. Ja, weiß ich nicht. Hier wurden irgendwie 20 Leute überfahren. Hey, alle. Alle, die hier sind. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Hier, wo denn der... Genau das, genau das ist hier los. Ich bin jetzt Polizist. Lass das stehen, weil der ruft. Ey, stopp, stopp, stopp. Lass den da stehen, weil der ruft safe den Admin. Deswegen von wegen, oh, der klaut gerade Cop-Karren. Kein PD-Auto klauen. Ach, lutsch mir die Eier. Aber das ist halt so bad. Warum darfst du... Das ist halt dumm. Die schließen ihre Cop-Autos nicht ab. Und dann darfst du sie nicht klauen und wirst gekickt dafür. Aber gut. Ich weiß nicht, tun wir uns noch einen an. Exodus V. Anti-Cheat. Haustiere. FaceTime. Moin. Wie, auch schon hier? Ja. Komm, mach mit. Geh auf die andere Seite. Das klappt. Wir haben die Matrix ausgespielt. Was? Geil, Junge. Ich dachte, das geht nicht, weil es abgeschlossen ist. Menschen. Hallo. Hallo, ich habe Bomben. Können wir mitfahren? Ach, nice. Die erste Person, die wir hier gefunden haben. Ey, Jo, bitte, steck in. Oh, warte. Du kannst... Er ist jetzt unser Fahrer. Los geht's. Abwarte. Wann ist denn der schlafen gegangen? Warte, eben wurde doch... Eben wurde einer gebannt. Hä? Das war er. Der wurde... Der hat eine Ausreise bekommen. Oh. Was war das denn? Ach, sorry. Was war das denn jetzt? Da war... Ach, sorry, da war zu viel Schmieröl auf der Straße. Schmieröl, so nennt man das hier, oder was? Aber die Herren immer die Glocke aktivieren und abonnieren, ja? Oh, mein Gott. Oh, Mann. Ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ist er das nicht? Was meinst du? Oh. Entschuldigung. Schmieröl. Sorry. Oh, Schmieröl. Oh, Schmieröl. Hoppla. Ups. Schmieröl. Hoppla. Nein, zu viel Schmieröl, Jungs. Redet grad der Tote? Seit wann reden tote Menschen? Ja, weiß ich auch nicht. Seit wann reden Hupen so? Oh. 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 Gefährliche Sache. Oh. Oh. So getriggert. Abonnieren Sie mich und Glocke aktiv. Moin, Jungs. Was geht? Nichts bei dir liegen. Willst du einsteigen? Einen Platz haben wir noch. Officer. Officer. Ja. Die beiden hier hinten drin bei uns. Die haben grad eben einen rumgerotzt von uns. Und jetzt wollen sie nicht mal aus dem Auto aussteigen. Was redest du? Können sie denen vielleicht mal sagen, dass die aussteigen? Hey, warte mal aus. Raus jetzt. Tschüss. Wieso liegst du? Ist aber nicht gut, was der Cop gesagt hat. Hast du das gehört? Die Stimme kommt mir bekannt vor. Warten Sie mal. Warten Sie mal. Nicht gut. Nicht gut. Was ist denn hier passiert? Hallo. Hallo. Lassen Sie mich mal runter. So. Wir machen jetzt eine menschliche Pyramide. Wer nimmt mich? Ja. Und noch einer bitte. Wollen Sie sowas lustig? Ja. Ja. Was? Was? Sehr krass, habe ich gesagt. Ich weiß. Danke. Ups. Entschuldigung. Ups. 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 Scheiße gelaufen. Nö, mein Bester? Tschüss. Und der andere auch. Warte. Ich wurde gebannt bis zum Jahre 2300. Huiuiuiuiui.